Hallo zusammen! Schön, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ich bin mal wieder mit Stefan unterwegs. Wir befinden uns teilweise auf der Strecke vom Hobburger Steinbruchlauf. Wir wollten die Windschliffe hoch, wir haben es einmal gemacht. Wir brechen es jetzt ab. Ich blende euch gleich mal ein, warum. Und wir drehen jetzt einfach eine andere Runde. Musik Musik Der Stein war sein Lieblingsberg. Jawohl. Na los, Dirk! Na los! Wir sehen uns beim nächsten Mal. das ist gut möglich gestern beim gewitter ja der trail run hat immer eine überraschung gut der nächste bergteil ist nicht hoch aber weit da zieht sich ein ganzes stück beim hoburger steinbruchlauf hast wie hast du vorhin schon gesagt brennt sich das spreu vom weizen hier bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal so Jörg ein letztes Mal gibt nochmal alles komm schon ja 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 die Hosen sind die Hosen sind schon wieder trocken die waren vorhin pitch nass ja sie sehen auch noch ein bisschen nass aus hier ist noch ein Fleck ich habe nicht eingepullert die Schuhe sind nass die Socken sind nass egal so das war's von mir diese woche wenn euch das Video gefallen hat lasst mir einen Daumen nach oben da vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wer es noch nicht getan hat abonniert mich doch weinsack haben 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 weinsack haben weinsack haben weinsack haben weinsack haben weinsack haben